Der Fussabdruck von Shirley Amberg geht im nächsten Fine-Wine-Beitrag 10 Jahre zurück. Und zwar genau in die Zeit, in der sich die Sommelier für den Einstieg ins Weingeschäft entschieden hat. Shirley besucht einen von ihren ersten Arbeitgebern, eine traditionelle Weinhandlung in Zürich, die mit der Zeit geht. Die Weinhandlung an der Zughausstrasse 67 in Zürich ist für mich wie ein Stück Heimat. Hier bei Nicolas Matana habe ich fast drei Jahre lang gearbeitet und so einen wichtigen Einblick in die Welt des Weins made in Italy bekommen. Hey, glaub das nicht. Ciao, Sire. Haben Sie mich in deinen Shop gekommen? Ja. Nicolas ist ein leidenschaftlicher Sommelier, der seit über 10 Jahren in der Buonwini-Weinhandlung arbeitet. Wollen wir in den Gärten? Ja, Frau Ewa. Hast du etwas Kühles zu trinken? Ich habe ein bisschen sardisches Bluten. Und natürlich, es könnte nicht anders sein als Vermentino di Gallura. Die persönliche Beratung und der Kontakt zu seinen Kunden ist ihm wichtig. Trotzdem hat er sich schon vor fünf Jahren für einen Online-Shop entschieden. Man kann sagen, dass du für diesen Laden stehst. Also der Laden lebt von dir. Wieso jetzt noch einen Online-Shop? Ist das nicht so eine Konkurrenz? Nein. Ich finde, es sind ganz zwei verschiedene Kundschaften. Der, der seit elf Jahren, also seit elf Jahren gibt es den Shop, aber vielleicht seit fünf Jahren zu uns kommt, der kommt immer wieder, auch wenn es Internet gibt. Weil er sucht persönliche Kontakte. Er will die Beratung haben. Und das kannst du nur persönlich machen. Was hat dich dann dazu bewogen, um einen Online-Shop zu machen? Weil sicher der Trend ist. Du bist halt ersichtlich in der ganzen Schweiz. Der kann den Kunden, der sucht eine Rarität aus Genf, kann problemlos in zwei Minuten bestellen. Und dann hat er zwei, drei Tage daheim. Oder aus St. Gallen, oder aus Basel, oder aus Lugano. Ohne extra auf Zürich fahren. Es gibt heute kaum mehr eine Weinhandlung, die sich nur noch auf den persönlichen Verkauf abstützt oder verlässt. Der Online-Handel mit Rebensäft Boom, die Softwarelösungen für einen eigenen Online-Shop, gibt es heute für wenig Geld. Eine Entwicklung, die den Vollblutsommelien nicht nur gut findet. Ja, ich finde es ein wenig schade. Es ist so schön, wenn ich die Leute vor mir habe. Weil dann verstehe ich sofort, was sie wollen. Am Telefon geht es einigermassen. Aber im Internet ist es anonym. Es ist ein Weg. Ich glaube, Schirrle, wir müssen da fast rein, weil jetzt fängt richtig Regen an. Ja, ja, es verbessert auch ein bisschen ein. Ja, genau, gehen wir dann rein. Im Fall der Weinhandlung von Vini ist das Angebot im Internet eher beschränkt. Im Vergleich zum umfassenden Weinangebot im Laden. Es hat für jeden Gaumen und für jedes Budget passende Tröpfchen. Denn die Nachfrage nach italienischem Wein steigt ständig. Seit 2003 oder 2004 ist Italien am ersten Platz. Zum ersten Mal in der Geschichte hat Frankreich überrollt. Und seitdem hat Frankreich nie mehr seine Liederen Platz gewonnen. Also es ist Italien Nummer eins in der Schweiz. Und worauf ist das zurückzuführen? Ich denke, so wie ich von den Kunden höre, sind die interessanten Preisen. Sie haben sicher einen Einfluss gemacht, weil die guten Franzosen immer teurer werden. Und viele Leute sind nicht mehr bereit, so tief in den Sack zu gehen. Und sicher auch mit 380 verschiedenen einheimischen Traubensorten. Man findet wirklich den Wein für jeden Gaumen in Italien. Bei der Auswahl seiner Produzenten schaut Nicola Mattana besonders auf die Reinheit des Wein. Jeder Produzent wird auf Herz und Nieren geprüft und genauestens unter die Lupe genommen. Ein hübsches Detail sind die Bodenproben. Mit den Fingern kann man den Ursprung des Wein quasi ertasten. Kein Onlineshop auf der ganzen Welt kann das ersetzen. Jeden Weingurten, den ich besuche, nehme ich etwas Erde, so beim Alpmeter Tiefen. Und bringe ich hier neben dem Wein, wo er gemacht wird. Um an die Kunden zu erklären, wie wichtig ist der Boden. Und welche Einflüsse, je nach Inhalten der Erde, auf dem Wein hat. Ich würde vorschlagen, wir gehen noch in den Keller runter. Hast du mir ein Highlight? Ja. Du hast ganz viele Highlights, oder? Ja, ja, sicher. Komm, wir nehmen diesen schönen Briganten mit und gehen in unseren kühlen Keller. Jetzt im Sommer ist perfekt. Genau, super. Degustieren über das Internet ist definitiv auch nicht möglich. Ich komme in den Genuss eines Pinot Noir 2005. Einen Wein, den Nicolas seinen Kunden gerne empfiehlt. Eines seiner persönlichen Highlights ist aber seine eigene Kreation. La Selection du Sommelier. Auf dem Weingut von einem befreundeten Produzenten hat er sich einen lang ersehnten Traum erfüllt. Nämlich, seinen eigenen Wein aus vier verschiedenen Traubensorten zu cuvetieren. Bis ich 10 Weinproben hatte. Diese 10 Weinproben habe ich hier auf Zürich gebracht. Und zusammen mit den Themen haben wir den Beste ausgewählt. Hey Nicolas, vielen, vielen Dank. Ganz viel Erfolg und alles, alles Gute. Cheers! Der spezielle Wein auch noch zu kredenzen wäre fast ein wenig schade. Wir bleiben beim Pinot Noir, im frischen Sommer Wein. Ich bin sowieso bald wieder da und freue mich auf La Selection du Sommelier, die übrigens auch online bezogen werden kann.